Hallöche meine lieben Pikachus, was geht ab? Euer Beast heißt euch mal wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir werden heute den Troll-Parcours weiterspielen und ich bin sehr gespannt, wie wir heute in dieser Folge mit Trolling und verschiedenen Fallen reingelegt werden. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, hier rechts neben mir ist mein guter Kollege, ein Freund von mir, aber jetzt geht's einfach los mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß, let's go! Und ich habe jetzt gerade schon gelesen, hier steht Thanks for Playing, das heißt hier hinter ist wahrscheinlich, oder ist es nur der Spawn? Ich hätte sonst gesagt, hier hinter ist vielleicht das Ende, aber egal. Wir haben hier den Spawn-Paint und müssen hier weiterjumpen und wie ihr in der letzten Folge gesehen habt, die kam gestern, glaube ich, ja. Schaut einfach mal vorbei auf meinem Kanal, hoppala, da sind wir tot. Jetzt nochmal mit Konzentration Beats und das Jump-Eran hoffentlich schaffen. Das war's komplett. Ihr habt ja gesehen, was passiert. Also, wir werden hier weiterjumpen und das Ganze ist kein Parcours-Video oder so, wo ich einfach nur jumpe und jumpe und jumpe und jumpe. War das ein Troll oder bin ich einfach daneben gesprungen? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall kommen hier zwischendurch einfach so ein paar Trolls vor. Das heißt also, du jumpst und irgendwas passiert. Ja, das ist ein Troll. Seht ihr? Ich bin da durchgeflogen, bin ich mir sehr sicher diesmal. Und irgendwas passiert, wie jetzt zum Beispiel dieser Jump hier und wir sterben einfach, weil der Map-Erbauer das so wollte. Nicht, weil wir schlecht sind, sondern weil der Map-Erbauer uns trollt. Okay, hier steht Spawn-Point und hier steht Sorry, but this blocks do exist in Minecraft. So, yeah. Okay, er meinte Sorry, aber es gibt diese Blöcke halt in Minecraft und deswegen benutzt er sie. Ja, ich weiß, warum du dich entschuldigst. Weil das ein ziemlich schreckliches Jump-And-Run ist. Aber bis jetzt kommen wir ganz gut voran. Ich weiß nur, dass wir eh nicht zum Spawn-Point kommen, sondern getrollt. Ja, habt ihr das gesehen? Oh Gott, oh Gott. Was steht im Chat? And trolls do exist as well. Oh Mann. Er hat vergessen, das zu sagen. Gut, jetzt wissen wir ja immerhin Bescheid. Die Frage ist, passiert dieses Ding nur einmal? Oder werden wir jetzt, wenn wir da nochmal herjumpen, nochmal weggebombt? Weggebombt, das ist die Frage. Okay, ich teste, aber diesmal scheint es nicht nochmal funktioniert zu haben mit dem... Ah, mit der Bombe. Was steht hier im Momentum-Block? Obviously a troll, okay. Haha, gar nicht. Und, jawohl, den Sprung auch geschafft, wunderbar. Huh, wir sind schon ziemlich weit. Ich werde ja sowieso einmal sterben, das ist halt irgendwie voll klar. Ich werde jetzt irgendwie sterben. Nö. Was steht denn hier? Kannst du mal weggehen, bitte? Ich will das hier lesen, dahinter. Was steht da? Oh, ich sehe es nicht, bitte. Jawohl, danke. Get the key to escape. Also wir sollen Schlüssel bekommen, um zu flüchten und dann den Button drücken. Hashtag totally not a troll. Auf gar keinen Fall ein Troll. Ah. Was steht denn da am Schild? Ah, da ist die Key. Oh mein Gott. Ähm, und jetzt? Was müssen wir jetzt machen? Kann man hier außen hoch? Hier sehe ich nichts. Nichts. Nee. Okay, wir müssen irgendwie den Button drücken. Yeah, wrong way. You just need to go back to the start of the nether and jump into the lava. Why didn't you notice there's a hidden entrance? No. Ich habe auch... Nein, 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 nein. Oh, scheiße, oh, scheiße. Holy moly. Ich habe das Ding aus den Angriffen. Okay. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, Leute. Ich habe absolut gar keinen Plan, ob das stimmt. Aber wenn es da steht, dann müssen wir es ja wahrscheinlich machen. Deswegen halt alles jetzt nochmal zurückjumpen. Nice. Auf jeden Fall. Sehr cool. So, komm, komm, komm. Bitte nicht failen, Beats. Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Mann. Was war mit dem denn los? Als ob die immer noch sauer auf mich sind. Komme ich jetzt nicht hier rüber, ohne dass er mich schlägt? Der guckt schon so böse und grimmig. Ja, er schlägt mich. Und ich habe dir nichts getan. Kann ich ihn... Ich kann ihn nicht schlagen? Was ist das denn für eine gerechte... Ungerechte Aufteilung, meine ich. So, ich habe eine Idee. Moment. Aber wenn ich die nicht schlagen kann, dann gebe ich dir die... Instakill Potion. Oh. Ich kann sie nicht werfen. Ich kann sie auf die Typen nicht werfen. Bitte. Ich weiß nicht, welchen Jump ich hier machen soll. Um zu überleben. Weil irgendwie der Jump klappt nicht. Der erste Jump klappt meines Wissens nach auch nicht. Ah doch, er klappt. Okay, alles gut. Ich habe nichts gesagt. Und jetzt schaffe ich es direkt da drauf? Oder muss ich... Das schaffe ich ja auch nie im Leben hier drauf. Moment. Ich probiere es mal so. Oh, es klappt. Spawn Point. Jawohl. Okay, jump in here. Okay, ich muss da rein. Hat jetzt nicht so gut geklappt. Wir haben einfach noch einen Versuch. Ja, so. Ah. Als ob. Spawn Point. Oh. Mein. Gott. Look at your deaths. Oh mein Gott. Meine Tode wurden hochgeschraubt. Es gibt ein Bonus Level? Wahrscheinlich nicht. Okay. Let it rain. Trolls everywhere in the Bonus Level. Es gibt wirklich ein Bonus Level. Okay. Nice. Ich dachte, es wäre ein Troll. Oh mein Gott. Okay. Hier kann man meine Deaths resetten. Ja. Ja. Wollen. Neun. Null Deaths. Ist auch nicht schlecht. Und es geht los. Mit dem Bonus Level, liebe Freunde. Zack. 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 Das sieht sehr trollhaft aus hier. Moment. Wir killen uns einfach sofort. Das sieht sehr troller mäßig aus. Muss ich sagen. Hoppala. Da bin ich falsch gelandet. Moment. Was ist denn hier unten? Okay. Nichts. Dann müssen wir jetzt mal schauen. Hier hoch. Wieso schaffe ich denn den Jump nicht mehr? Mensch Beats. Was ist denn los? Du bist irgendwie ganz komisch drauf. Beats. Wieso schaffst du den Jump nicht? So. Komm. Jetzt Konzentration. Den ersten Jump. Jawohl. Und jetzt Konzentration. Und den zweiten Jump. Jawohl. Konzentration. Und den dritten Jump. Okay. Die Frage ist, ab wann werden wir getrollt? Irgendwann muss es ja passieren. Und. Hopp hier rüber. Darüber. Ja. Irgendwann muss es passieren, Leute. Ich hab's euch gesagt. Irgendwann muss es passieren. Oh mein Gott. Aber. Das ist ja das Geile an der Map. Ich feiere das irgendwie. Das kommt zu unerwartet. Du weißt, dass du stirbst. Aber du weißt nicht wie. Und du denkst so. Ja. Hm. Was kommt jetzt? Du denkst dir nicht mal was Böses bei. Aber. Du stirbst halt einfach. Das ist das Geile. Ich feiere die Map wirklich sehr sehr hart. Und. Wir haben lange nicht mehr so coole Trolls und Fallen und so weiter gesehen. Und. Ich finde. Man kann sich hier auch viel abgucken. Hier für Trap King. Dann können wir den. Den Pet hier demnächst so trollen. Äh. Auf. Auf diese Art und Weisen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben. Was ihr davon. Findet. Okay. Beim zweiten Mal ging es jetzt. Jetzt muss ich aufpassen. Ich will unbedingt den Spawn Point erwischen diesmal. Es war so clever. Ich das Jump'n'Run echt gar nicht so einfach finde. Die Jumps sind zwar alle nicht unmöglich und so. Aber. Es sind halt so viele schwierige Jumps auf einmal. Dass man. Ja. Dass sowas halt irgendwann mal passiert. So. Komm. Jetzt aber. Ich glaube das ist ein Troll. Das kann doch nicht sein. Da ist ein unsichtbarer Block vor glaube ich. Ganz einfache Sache. Also ich bin mir sehr sicher hier ist ein unsichtbarer Block irgendwo. Das heißt. Jawohl. Ich kann hier drauf. Und jetzt habe ich auch den Spawn Point. Wunderbar. Huh. Okay. Das habe ich ehrlich gesagt nicht bemerkt. Dass da ein Troll war. Ich dachte erst mal. Ich habe einfach nur. Ich bin einfach nur schlecht gesprungen. Aber ich wurde getrollt. So. Jetzt geht es hier. Nein. Am Boss. Und ich kann mich nicht wegbewegen. Bam. In mein Gesicht. Da war ich tot. Oh mein Gott. Der nächste Troll war da. Geil. 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 Ich feiere das einfach übelst. Ich sterbe zwar und das ist alles voll schlecht für mich. Aber ich feiere das. Ich liebe Minecraft Fallen. Falls ihr auch Minecraft Fallen liebt. Dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Und lasst mal gerne einen Daumen nach oben da Leute. Das würde mich sehr freuen. Dann weiß ich Bescheid. Dass ihr sowas auf jeden Fall feiert. Falls ihr Minecraft Fallen liebt. Wie gesagt. Einfach mal Daumen nach oben da lassen. Jetzt ist die Frage. Wo ich hin muss. Irgendwie darum. Aber das so umwegmäßig. Oder direkt auf die Leitern. Keine Ahnung. Hier scheint es bislang richtig zu sein. Deswegen. Ach scheiße. Deswegen versuche ich es mal hier hoch. Wollte ich gerade sagen. So. Und. Jawoll. Ski. Sehr schön. Es läuft. Es läuft. Und. Ja. Hier rüber. Wunderbar. Und jetzt müssen wir von hier aus. Hier hoch. Mist. Jawoll. Und jetzt wahrscheinlich hier drauf. Oh mein Gott. Ich werde sowas von hart getrollt gleich. Ne. Da bin ich mir sowas von sicher. Moment. Die Frage ist. Wie muss ich das hier machen? Oh. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Und. Ich hab den Spawn Point. Als ob. Oh mein Gott. Ich hab den Spawn Point. Puh. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ehrlich gesagt. So. Jetzt hör ich hier irgendwie ein. Ah. Mobs. Ich glaub das sind Blazes. Hoppala. Das war ein Fail. Ich glaub das sind Blazes. Die Frage ist. Was machen hier Blazes? Und warum sind sie hier? Ähm. Absolut keine Ahnung. Scheiße. Habt ihr das gesehen? Da kam was rausgeflogen. Bin mal gespannt was passiert wenn ich den Sprung hier schaffe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Frage ist welchen Spawn Point Block nehme ich gleich. Ich muss mich jetzt entscheiden bevor ich rüberspringe. Weil ich keine Zeit habe. Ich nehm einfach mal links. Einfach mal so. Oh scheiße. Auf gut Glück wollte ich sagen. Oh. Das war ein Troll. Oh. Als ob links ein Troll ist. Dann nehm ich halt rechts. Es ist auch ein Troll. In der Mitte ist ein Block. Da muss ich hin. Ja. Jawohl. Okay. Wir haben's. Und hier rüber. Was steht hier? Hier ist hier Real Spawn Point. Lol 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 lol. Okay. Und hier ist ein Dropper. Oh mein Gott. Als ob. Als ob das wirklich hier ein Dropper ist. Und ein ziemlich schwieriger sogar. Weil das alles aus Glas besteht und man gar nicht durchgucken kann. Als ob. Okay. Aber ich glaube wir schaffen's. Congratulations. You've beated the Bonus Parcours. Okay. Nice. Ich hab's geschafft. Das war echt schwieriges Bonus Ding hier. Meine Güte. Aber Leute. Das war's für dieses Video. Babababam. Ich würd sagen. Falls euch das Ganze gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Checkt meinen Kanal ab. Abonniert den kostenlos. Und wie gesagt. Kräftig. Das Video liken. Wir sehen uns morgen bei dem nächsten Video wieder. Danke fürs Zusehen. Euer Beats.